Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial bei uns auf dem Kanal. Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute ein weiteres Tutorial und zwar zum Cosplay. Es kam bei mir heute im Stream auf, wie man im Endeffekt, wo man Cosplay downloadet, wie man es installiert, wie man es im Spiel öffnet. Das zeige ich euch heute einfach ganz einfach. Wie machen wir das? Wo finden wir es? Das zeige ich euch heute alles. Das im Endeffekt, wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es gar nicht so schlimm. Ihr sucht bei Google nach LS19 Cosplay GitHub oder ihr nehmt einfach den Link, den ich euch unten eingefügt habe in die Videobeschreibung. Dann kommt ihr im Endeffekt hier oben auf den ersten Link. Wenn ihr den anklickt, landet ihr auf dieser sehr unübersichtlichen Seite. Der Link ist wie gesagt unten auch nochmal verlinkt. Ihr habt natürlich jetzt hier ganz viele, viele, viele einzelne Dateien, die wir uns natürlich jetzt erstmal runterladen müssen. Das ist eigentlich ganz simpel. Ihr klickt hier oben auf Code, Download als 7zip. Ein Programm wie 7zip oder Winra wäre nicht schlecht. Wenn ihr eins davon habt, reicht vollkommen aus. Jetzt habt ihr unten die Datei runtergeladen. Bei mir zeigt ihr euch an. Sonst landet die bei euch im Downloads-Ordner. Also hier. Nein, top. Zweiter Desktop. Landet die bei euch im Downloads-Ordner. Die öffnet ihr einfach. Kriege ich hier Werbung. Das ist auch schön. So. Wenn ihr die geöffnet habt, habt ihr in dieser Winra-Datei einen Ordner liegen. Ihr könnt jetzt nicht so die Winra-Datei, die ihr gedownloadet habt, einfach so in den Ordner schmeißen, in den Mods-Ordner. Aber das funktioniert nämlich nicht. Ihr müsst dafür ganz einfach jetzt den Ordner, den ihr jetzt habt, zieht ihr euch optimalerweise einfach auf den Desktop. Zack. Aus dem Laptop. Die Winra-Datei ist jetzt überflüssig. Die könnt ihr löschen. Schließen, wie auch immer. Jetzt habt ihr hier den wundervollen Ordner. Cosplay-Master. Den öffnet ihr. Und in dem Ordner cosplay.master habt ihr jetzt alle wichtigen Dateien, die im Endeffekt der LS benötigt. Ihr habt hier die Mod-Desk, die ganz wichtig ist, die ganzen Lua-Dateien und ein paar Ordner. Diese ganzen Dateien sind im Endeffekt wichtig und aus diesen ganzen Dateien machen wir jetzt den Mod. Da draus machen wir jetzt den Cosplay. Wie macht ihr das? Ihr hinterlegt eins. Einmal draufklicken, ganz normal. Dann drückt ihr die linke Störungstaste und A für einmal alles markieren. Dann macht ihr einen Rechtsklick einfach da drauf zu Archiv hinzufügen. Denn ihr erstellt jetzt ein komplett neues Archiv. Jetzt ist es so, ihr müsst jetzt den Namen des Archives ändern. Der Name lautet wie folgt. FS-Courseplay6 Dieser Name wird ebenfalls unten nochmal in der Videobeschreibung stehen. Den kopiert ihr euch einfach unten aus der Videobeschreibung oder tippt den jetzt ab. Tippt den hier oben rein. Oder ich mache es einfach mit Einfügen. Wählt Archivformat 7zip aus. Das ist ganz wichtig. Das müsst ihr auswählen. So, dann ändert ihr nochmal ein paar Sachen um. Dann drückt ihr unten einfach auf OK. Zack. Dann taucht bei euch hier unten der Mod auf. FS-Courseplay6 Den könnt ihr öffnen und habt dort alle wichtigen Dateien für den Cosplay. Wenn ihr das getan habt, macht ihr es euch ganz einfach. Ihr kopiert einfach den Mod. Schneidet ihn aus, wer auch immer. Geht auf Dokumente. My Games Farming Simulator. In den Mod-Ordner. Fügt dort den Mod ein. Nun ist er eingefügt. Startet nun euren Landwirtschaft Simulator. Bei mir jetzt in diesem Fall über Steam. Starten wir jetzt ganz entspannt einfach mit dem Landwirtschaft Simulator. Karriere. Wählen wir einfach einen Spielstand aus. Das ist im Endeffekt egal. Und habt jetzt hier Cross-Play6. Der müsst ihr jetzt einfach aktivieren. Dann drückt ihr Start. Dann lädt jetzt ganz kurz die Karte. Das dürfte nicht so lange dauern. Ich zeige euch jetzt noch, wie wir den Mod öffnen. Wie ihr im Endeffekt den Mod benutzt. Da gibt es auf YouTube schon haufenweise neue, gute Tutorials. Da brauche ich jetzt nichts mehr zu machen. Wenn wir jetzt im Stream sind, in der Aufnahme, zeige ich euch das gerne nochmal wieder, wie ich jetzt gerade diesen einen Kurs eingefahren habe. Aber so die grundlegenden Sachen könnt ihr auf YouTube gucken. Da gibt es so viele gute Let's Plays. Da gibt es so viele gute Troubles zu. Ich wollte es euch jetzt einfach nur nochmal zeigen, wie wir das in der neuesten Version machen mit dem Mod. So, jetzt habt ihr es gestartet. Starten wir jetzt LS. Das lädt jetzt ganz kurz. Zack. So, jetzt habt ihr natürlich jetzt schon. Möchtest du, dass Felder automatisch gescannt werden? Ja, würde ich immer ja machen. Das ist relativ einfach. So, das war es im Endeffekt schon. Jetzt habt ihr natürlich so. Wir haben jetzt hier keinen Trecker. Ist jetzt ja, um euch das zu demonstrieren, benötigen wir jetzt auch einen Trecker. Das ist auch komplett egal. Denn ihr müsst einen Trecker haben. Es funktioniert. Trecker, Hexen, in alle Klamotten, in denen ihr fahrt, funktioniert es. Funktioniert Cosplay. Oder könnt ihr das Cosplay hat öffnen. Das hat öffnet ihr mit der rechten Maustaste. Einfach rechte Maustaste klicken. Im Bildschirm. Dann kriegt ihr hier im Endeffekt das Cosplay hat. Wenn ihr jetzt die Maus, mit der Maus, die kriegt ihr ebenfalls, wenn ihr nochmal auf rechte Maustaste klickt, könnt ihr es auch beim Fahren wegmachen und nochmal draufklicken. Bekommt ihr die wieder. Könnt ihr Sachen drin einstellen. Zum Schließen einfach den Knopf betätigen. Dann ist es geschlossen. Wenn ihr dann wieder rechte Maustaste klickt, öffnet sich der Mod. Das ist schon. Und mit diesem Mod könnt ihr jetzt Kurse anlegen, Kurse abfahren lassen, Drescher fahren lassen, Groban sehen. Eigentlich könnt ihr damit alles machen. Wie ihr das macht, wird euch auf YouTube gezeigt. Einfach mal nach Tutorials Cosplay suchen. Als 19. Da findet ihr so viele Tutorials zu, wie das im Endeffekt laufen sollte. Ich habe euch jetzt nur gezeigt, wo downloadet ihr es. Wo downloadet ihr auch immer die neueste Version. Die neueste Version gibt es immer auf GitHub. Wenn ihr die neueste Version habt, wie müsst ihr die entpacken? Wie müsstet ihr die neu formatieren? Wo fügt ihr die ein? Wie öffnet ihr die? Zack. Schon ist Kursbefertig. Schon könnt ihr damit arbeiten. Ist im Endeffekt kein Hexenwerk. Muss euch aber auch mal gezeigt werden. Nun wisst ihr halt, wie es geht. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns zu einem weiteren Video wieder. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.